Guten Tag meine Damen und Herren und seien Sie wiederum erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten uns bereits in den letzten zwei Folgen mit Engeln beschäftigt und hatten uns bereits auch mit einigen Bibelstellen auseinandergesetzt, die das Aussehen von Engeln beschreiben. Wir hatten bereits gesehen, dass einige Engel Menschen ähnliches Aussehen haben, allerdings in ihrer verherrlichten Form natürlich dann doch ganz anders aussehen als wirkliche Menschen. Wir hatten aber auch gesehen, dass es zumindest eine Stelle gibt, die darauf hindeutet, dass Engel auch wie Frauen aussehen können. In den meisten Fällen werden sie allerdings als Männer beschrieben, vielfach auch als Jünglinge. Wir hatten auch gesehen, dass Engel sich manifestieren können, ohne von uns als Engel erkannt zu werden. Also die können sich dann in einer Weise uns zeigen, dass wir vielleicht auch meinen, dass es Engel seien oder vielmehr, dass es Menschen seien, die aber in Wirklichkeit ja Engel sind. Und wir hatten uns dann auch bereits einige Stellen angesehen, die uns zeigen, dass Engel tierähnliches Aussehen haben können, wie zum Beispiel Pferde. Wir sahen, dass Jesus Christus auf einem weißen Pferd zurückkommen wird. Heute möchte ich jetzt mit den weiteren Aussagen der Bibel fortfahren und zunächst einmal darauf hindeuten, dass Engel vielfach ganz anders beschrieben werden in der Bibel, als wir uns das so vorstellen oder diejenigen, die im sogenannten orthodoxen Christentum aufgewachsen sind. Die sehen keineswegs so aus wie kleine, nackte Babys mit Flügeln, die so Posaunen blasen. Im Gegenteil sind es sehr mächtige Wesen und wir werden uns jetzt Stellen anschauen, die die Engel beschreiben, die tier- und menschenähnliches Aussehen haben und zwar in kombinierter Weise. Da findet sich eine interessante Stelle im Buch Ezekiel im ersten Kapitel. Und wir sprechen hier von diesen Cherubim oder diesen Cherubim, also wie gesagt, diesen Engeln, die so in der Malerei in total falscher Form als kleine Babys dargestellt werden. Aber in der Bibel befinden sich Stellen, die die Cherubim ganz anders beschreiben. Im ersten Kapitel des Buches Ezekiel hat nämlich Ezekiel eine Vision. Und in dieser Vision sieht er vier mächtige Engelwesen. In Kapitel 1, angefangen in Vers 5, lesen wir folgendes. Ezekiel, Kapitel 1 und angefangen in Vers 5. Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Also diese Gestalten waren zunächst einmal anzusehen wie Menschen, hatten menschenähnliche Form. Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Also ganz so wie Menschen sahen die dann doch nicht aus. Und ihre Beine standen gerade und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten, die vier Angesichter oder die vier hatten Angesichter und Flügel. Vers 9. Ihre Flügel berührten einer den anderen. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Vers 10. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet. Vers 12. Je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Vers 12. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter, wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Also hier wird eine sehr interessante Beschreibung von Engelwesen gegeben, die, wie wir noch sehen werden, Cherubim waren. Und die hatten menschenähnliches Aussehen, aber die hatten vier Angesichter. Und wie wir das gelesen haben, das eine Angesicht war das eines Menschen und dann hatten sie auch das Angesicht eines Löwen und eines Stieres oder Ochsen und dann auch eines Adlers. In Kapitel 10, Ezekiel Kapitel 10, die Verse 20 bis 22, werden diese Engelwesen identifiziert. Ezekiel Kapitel 10 und die Verse 20 bis 22. Da heißt es, das waren die Gestalten, die ich unter dem Gott Israels am Fluss Keba gesehen hatte und ich merkte, dass es Cherubim waren. Vier Angesichter hatte jeder und vier Flügel und etwas wie Menschenhände unter den Flügeln. Und ihre Angesichter waren so gestaltet, wie ich sie am Fluss Keba gesehen hatte und sie gingen in der Richtung eines ihrer Angesichter, wie sie wollten. Nun, das ist interessant, weil einige behaupten, es gebe nur zwei oder drei Cherubim oder vielleicht nur noch zwei. Aber hier an dieser Stelle sehen wir bereits, dass es zumindest vier gibt, aber höchstwahrscheinlich weitaus mehr. Kehren wir nun zu Ezekiel Kapitel 1 zurück. Und lesen wir dort weiter, angefangen in Vers 26, denn hier wird noch mehr berichtet über diese Vision, die Ezekiel hatte. Denn da gab es nämlich auch eine Feste. Und diese Feste wird von den Cherubim getragen. Und es heißt hier in Vers 26, und über der Feste, die über ihrem Haupte war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was mit seiner Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Nun war, wer war dieses Wesen, das aussah wie ein Mensch? Es wird uns hier gesagt im nächsten Vers, in Vers 28. Also diese vier Cherubim tragen einen Thron, eine Feste. Und auf dieser Feste, auf diesem Thron, sitzt kein anderer als Jesus Christus. Er ist nämlich der Gott des Alten Testamentes, wie wir im Neuen Testament lesen, sagt Christus, dass keiner jemals den Vater gesehen hat. Aber hier hat zumindest Ezekiel in einer Vision Jesus Christus in seiner verherrlichten Form geschaut. Wir lesen auch in Psalm 18, dass bestätigt wird, dass diese Cherubim, und halten Sie Ihren Finger hier in Ezekiel, da kommen wir gleich darauf zurück. Aber in Psalm 18 wird bestätigt, dass es eben Cherubim sind, die diesen Thron tragen, auf dem Gott sitzt. Psalm 18, und lesen wir Vers 11. Psalm 18 und Vers 11. Da heißt es, er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Fittichen des Windes. Und es gibt noch viele weitere Stellen, die bestätigen, dass die Cherubim diejenigen der Engelwesen sind, die in der Tat den transportablen Thron Gottes tragen. Es gibt einen Thron im Himmel, aber dann gibt es aber auch noch einen anderen Thron, auf dem manchmal Christus daherfährt. Und dieser Thron, wenn wir ihn sehen könnten, wird von diesen Cherubim getragen. Kehren wir zu Ezekiel Kapitel 10 zurück. Ezekiel Kapitel 10 und Vers 14. Denn hier wird noch mehr gesagt über das Aussehen dieser Cherubim. Ezekiel 10 und Vers 14. Ein jeder hatte vier Angesichter. Das erste Angesicht war das eines Cherubs. Das zweite, das eines Menschen. Das dritte, das eines Löwen. Das vierte, das eines Adlers. Aber wenn sie jetzt gut aufgepasst haben, dann werden sie festgestellt haben, dass diese Beschreibung ein wenig abweicht von dem, was wir in Ezekiel 1 gelesen haben. Weil in Ezekiel 1 wird nämlich von einem Stier, einem Menschen, einem Löwen und einem Adler gesprochen. Hier heißt es ein Cherub, ein Mensch, ein Löwe und ein Adler. So, dass sich hieraus ergibt, dass das Angesicht, denn darum geht es hier, des Cherubs vornehmlich dem Angesicht eines Stieres gleicht. Weil nämlich hier, in dieser Stelle, der Cherub mit dem Stier aus Ezekiel 1 gleichgesetzt wird. Es geht also hier um das Angesicht, nicht um das gesamte Erscheinungsbild. Das gleicht ja, wie wir gesehen hatten, einem Menschen. Nun, es gibt andere Stellen in der Bibel, in denen ein Cherub mit zwei Angesichtern dargestellt wird. Nicht mit vier, sondern mit zweien. Zum Beispiel schauen wir uns Ezekiel Kapitel 41 an. Das zeigt uns also, dass nicht alle Cherubime genau gleich aussehen. In Ezekiel Kapitel 41, lesen wir die Verse 18 und 19. Ezekiel 41, die Verse 18 und 19. Es geht hier um den Tempel und darum, wie Verzierungen des Tempels angefertigt worden sind oder in diesem Falle noch werden, denn es geht hier um ein Tempel der Zukunft. Das heißt, da waren Cherubim und Palmwedel dargestellt, je eine Palme zwischen zwei Cherubim. Und jeder Cherub hatte zwei Angesichter. Zu einer Palme wendete er ein Menschengesicht, zur anderen Palme ein Löwengesicht. Die Darstellungen liefen rings um das ganze Haus. Und dann gibt es sogar noch Darstellungen und Beschreibungen, die zeigen, dass ein Cherub auch nur ein Angesicht haben kann. Wir lesen dies zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 37. Zweiten Buch Mose, Kapitel 37 und in Vers 9. Die berühmte Stelle der Stiftshütte, wo also die Stiftshütte gebaut werden soll. Und dann sollen zwei Cherubim mit ihren Flügeln die Stiftshütte bedecken. Oder vielmehr hier die Bundeslade. Und da heißt es hier in Kapitel 37 und Vers 9. Und die Cherubim bereiteten ihre Flügel nach oben aus und bedeckten damit den Gnadenthron. Und sie standen Antlitz gegen Antlitz und sahen auf den Gnadenthron. Das scheint anzudeuten, dass es hier Cherubime gibt, die halt lediglich nur ein Antlitz haben und sich dann gegenseitig anschauen. Und sie können nachher sich noch stellen im zweiten Buch Mose 25 und Vers 20 ansehen. Und auch im zweiten Chronik, Kapitel 3 und Vers 13, die auch Cherubime beschreiben, die scheinbar nur ein Antlitz haben. Nun, der interessante Kommentar von Rieniker, Rienikers Lexikon zur Bibel, hat folgendes zu sagen über die Cherubim. Da heißt es hier, die Cherubim erscheinen dort, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Und dann heißt es weiter in diesem Artikel, heute stellt man sich diese Cherubimgestalten vielfach ähnlich wie die geflügelten Mischwesen oder Kurubu vor, die die Ausgrabungen in Mesopotamien und auch in Palästina und Syrien ans Licht gebracht haben. Also wenn Sie diese Ausgrabungen einmal gesehen haben, diese Aufzeichnungen, dann könnte es sein, dass die eigentlich diesen Cherubim ähnlich sind. Denn letztendlich haben hier die Menschen durch Visionen und auch durch die Darstellungen in der Stiftshütte und dann im Tempel das Aussehen der Cherubim verfolgen können. Es ist auch interessant, dass es ja ein Cherub war, der den Weg zum Paradies, zum Baum des Lebens bewacht hat mit seinem feurigen Schwert. Und man kann davon ausgehen, dass viele Menschen diesen Cherubim dann sahen. Nun, im Ezekiel-Buch, im ersten Kapitel, wird noch etwas weiteres gesagt über diese Erscheinung, die Ezekiel hatte. Ezekiel Kapitel 1 und Vers 15 Und als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. Und jetzt auch Vers 19 Also hier wird ein interessantes Räderwerk beschrieben und es wird nicht weitaus mehr darüber gesagt, Aber wir sehen, dass also scheinbar es sich hier auch um eine Apparatur handelte, die im Zusammenhang steht mit dem Thron, auf dem ja dann Jesus Christus sitzt. Wie ich sagte, Ezekiel erwähnt hier zumindest vier Cherubim. Und in Kapitel 10 und Vers 12 wird noch eine weitere Bemerkung angeführt, die wir zum Abschluss bezüglich der Cherubim auch noch lesen wollen. Ezekiel Kapitel 10 und Vers 12 Da heißt es nämlich noch wie folgt Ezekiel Kapitel 10 und Vers 12 Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen um und um bei allen Vieren. Nun, wir hatten in der letzten Sendung bereits schon von den Augen des Herrn gelesen. Geisteswesen, die in alle Lande geschickt werden, um zu sehen, was geschieht und dann zurückzukommen zu Gott, um ihm Bericht zu erstatten. Aber auch diese Cherubim werden hier dargestellt mit Augen um ihren ganzen Körper herum. Soweit zur Beschreibung des Aussehens von Engeln. Aber wichtiger vielleicht ist noch zu begreifen, warum Engel überhaupt erschaffen worden sind. Warum gibt es die? Wie ich sagte, man darf keineswegs in irgendeiner Form Engel lästern. Man sollte aber auch in keiner Weise versuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wenn Gott will, dass Engel mit ihnen in Kontakt treten sollen, dann wird er das schon bewerkstelligen. Aber wir werden jetzt sehen, dass es eine sehr besondere Beziehung gibt zwischen Engeln und Menschen. Und diese Beziehung sieht ganz anders aus, als wie sie sich die meisten Menschen vielleicht vorstellen. Schauen wir uns eine grundsätzliche Aussage an im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 1 und in Vers 14. Angefangen in Vers 13, um den Zusammenhang zu sehen, um deutlich zu machen, dass es hier tatsächlich um Engel handelt. Es heißt hier, zu welchem Engel, aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schirm mit deiner Füße mache. Und jetzt Vers 14, sind sie nicht allesamt, dienstbare Geister, dienstbare Geistwesen, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Also hier sehen wir eine sehr interessante Funktion der Engelwesen. Sie sind ausgesandt zum Dienst an denen, die das Heil ererben sollen. Also grundsätzlich gesehen, sie sind ausgesandt zum Dienst an allen Menschen, weil ja alle Menschen das Heil ererben sollen. Aber wie wir wissen, Gott beruft einzelne Menschen zu bestimmten Zeiten. Und so ist die vornehmliche Funktion der Engel heute die, denen zu helfen, die heute berufen sind, das Heil zu erlangen. Wir lesen eine interessante Ergänzung in Psalm 34, aber halten Sie wiederum Ihren Finger im Buch vom Hebräer, weil wir dann nachher noch darauf zurückkommen werden. Aber im Psalm 34 lesen wir in Vers 8, Psalm 34 und in Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Beschützt sie, errettet sie, gibt ihnen Hilfe, gibt ihnen Dienst, wie im Hebräerbrief es geschrieben steht. Und das ist auch ein Grund dafür vorhanden, dass Engel erschaffen wurden, um dem Menschen zu dienen. Denn letztendlich finden wir eine interessante Aussage im Hebräerbrief, im zweiten Kapitel, angefangen in Vers 5. Hebräer Kapitel 2 und ich lese die Verse 5 bis 8. Auch dies ist eine Stelle, die vielfach so überlesen wird und man wird gar nicht so sich dessen bewusst, was hier eigentlich gesagt wird. Hebräer Kapitel 2, angefangen in Vers 5. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Die zukünftige Welt, von der wir reden. Es bezeugt aber einen an einer Stelle und spricht, das ist David, Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn, den Menschen, eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Er spricht immer noch von dem Menschen. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Es geht nach wie vor um den Menschen. Gott sagt, dem Menschen wird alles, einschließlich die Engelwelt, untertan sein. Aber er sagt, jetzt sehen wir dies noch nicht. Aber dann fährt er fort in Vers 9 zu sagen, Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, den sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Also Jesus Christus hat bereits diese Position erlangt. Aber die anderen Menschen noch nicht. Noch nicht. Aber es wird dies in der Tat in der Zukunft der Fall sein. Das bedeutet, wie ich sagte, dass der Mensch über Engel gebieten wird, über Engel herrschen wird. Dass auch die Engel im Untertan sein werden. Und das wird in der Tat im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel bestätigt. 1. Korinther Kapitel 6 Und die Verse 2 und 3 1. Korinther Kapitel 6 Und die Verse 2 und 3 Paulus regt sich darüber auf, dass in der Gemeinde Rechtsstreitigkeiten bestanden zwischen Gemeindemitgliedern. Und er sagt in Vers 1 Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat, mit einem anderen sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Er sagt, diese Dinge, die sollten in der Kirche selbst behandelt werden. Und dann fährt er vor zu sagen in Vers 2 Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Vers 3 Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr dann über Dinge des täglichen Lebens? Wir werden über Engel richten, wir werden über Engel herrschen, wir werden Engel ausrichten zum Dienst, möglicherweise an denen, die dann, an den Menschen, die dann zunächst einmal berufen werden, im Millennium, im großen weißen Throngericht. Also wir werden über alles herrschen, inklusive der Engelwelt. Es geht also darum, dass die Engel ausgesandt sind zum Dienst an derer, an deren, an den Leuten, die das Heil ererben sollen. Mit anderen Worten, sie sollen ihnen helfen, das Heil zu erlangen, das ewige Leben in der Familie Gottes. Und dazu gehört zunächst einmal, dass Engel uns vor physischem Schaden bewahren. Denn wenn wir vorzeitig sterben würden, ohne dass wir uns bereits bewährt haben, dann könnten wir ja das Heil noch nicht erlangen. Also Engel sind dazu ausersehen, von Gott uns vor physischem Schaden zu bewahren, dass wir nicht vor unserer Zeit sterben. In Psalm 91 lesen wir dies ganz klar und eindeutig. Psalm 91, angefangen in Vers 9. Psalm 91, und ich lese die Verse 9 bis 13. Da heißt es, denn der Herr ist deine Zuflucht. Natürlich ist Gott das höchste Wesen, das über allem steht. Er ist ja der Gebieter der Engelwelt, das ist klar. Der Herr ist deine Zuflucht, der Höchste ist deine Zuversicht, oder Zuflucht, wie es hier heißt. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich dann im Hause nahen. Der Zusammenhang ist der, es sei denn, dass dies Gottes Willen entspricht. Also nichts wird uns geschehen, was Gottes Willen widersprechen würde. Und so hat er deutlich gesagt, dass er uns beschützen wird vor Plagen, vor Übel. Es heißt hier in Vers 11, Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Vers 13 Über Löwen und Ottern wirst du gehen, und junge Löwen und Drachen niedertreten. Das kann auch symbolisch sich beziehen auf die Welt der Dämonen, die vielfach mit Drachen und auch Löwen verglichen werden. Also die Engel haben die Aufgabe, uns vor physischem Übel zu beschützen. Und Jakobus wusste das, oder vielmehr Israel, sagen wir einmal, oder Jakob. Der wusste das. Jakobus wusste das auch, aber ich spreche jetzt hier von dem alttestamentlichen Jakob, dessen Name dann zu Israel umgewandelt wurde. Und er hat das selbst behauptet, er hat das selbst von sich gegeben. Er hat diese Überzeugung, die er hatte, klar zum Ausdruck gebracht in dem ersten Buch Mose, Kapitel 48. Ersten Buch Mose, Kapitel 48, die Verse 15 und 16. Ersten Buch Mose, Kapitel 48, die Verse 15 und 16. Es ist kurz zu seinem Tode und er segnet nun die Söhne seines Sohnes Jakob, oder vielmehr Josef, die also Josef in Ägypten gezeugt hat. und das heißt hier in Vers 15, zunächst einmal heißt es hier, er segnete Josef, die Söhne segnete er dann später, und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag, schauen Sie, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben. Also zunächst einmal hat der Herr Josef gesegnet, jetzt segnet er die Knaben, dass durch sie, mein und meiner Väter, Abraham und Isaac, nahm er fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Zunächst einmal sagt Jakob, dass Gott ihn beschützt hat, aber er verstand, dass dies Gott durch einen Engel tat. Und wir lesen dies auch in ähnlicher Weise im zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, angefangen in Vers 20. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, angefangen in Vers 20. Und hier ist so etwas, was Gott, des Alten Testamentes, Jesus Christus, Mose gegenüber zum Ausdruck bringt. Er sagt in Kapitel 23 und Vers 20, Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoriter, Hittitern, Perisitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern und ich will sie vertilgen. Also es ging hier nicht darum, dass die Israeliten sie vertilgen sollten. Ursprünglich hatte Gott gesagt, er wird es tun. Aber durch, aufgrund von Zweifel haben die Israeliten sich dann entschlossen, Selbstkrieg zu führen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber hier lesen wir, dass Gott sagte, er wird seinen Engel vor dem Volk her senden, um sie zu behüten und sie ins gelobte Land zu bringen. Es ist möglich, dass sich bei diesem Engel um den Erzengel Michael gehandelt hat. Wir haben ja bereits über diesen sehr machtvollen Engel gelesen. In Daniel Kapitel 12 und Vers 1 möchte ich hier diese Stelle, die wir bereits in der vergangenen Predigt gelesen haben, einmal aus der Mengebibel zitieren. Daniel Kapitel 12 und in Vers 1 Da liest sich diese Aussage wie folgt. Daniel Kapitel 12 und Vers 1 Zu jener Zeit, nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine Volksgenossen beschützt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis eintreten, wie noch keine da gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich an jeder, der sich im Buch des Lebens aufgezeichnet findet. Also hier wird gesagt, dass es Michael ist, der Menschen beschützt. Wir lesen, dass Daniel in den Schriftstellen darauf hingewiesen wird, dass Michael Wache hat, sagen wir einmal, über seine Volksgenossen. Wie gesagt, die Menge Bibel schreibt, er beschützt sie. Schauen wir uns nun einmal 2. Buch Mose Kapitel 19 an. 2. Buch Mose Kapitel 19 und Vers 4. 2. Buch Mose 19 und Vers 4. Da heißt es, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Warum benutzt Gott hier die Aussage, ich habe euch auf Adlerflügeln zu mir gebracht. Schauen wir uns eine Stelle im Isaiah Buch an, im 63. Kapitel und Vers 9. Und auch hier möchte ich dies aus der Menge, aus der Menge Bibel zitieren. Isaiah 63 und in Vers 9. Isaiah 63 und Vers 9. Da liest sich diese Aussage wie folgt. In allen ihren Bedrängnissen fühlte auch er sich bedrängt und der Engel seines Angesichtes rettete sie. In seiner Liebe und Milde erlöste er selbst sie und hob sie immer wieder empor und trug sie einher alle Zeit oder alle Tage der Vorzeit hindurch. Also er trug sie auf Adlerflügeln, könnte man sagen. Es geht hier um den Schutz, den dieses Engelwesen, möglicherweise Michael, den Menschen gegenüber erwiesen hat. Nun, es könnte sein, dass sich die Aussage er hat sie auf Adlerflügel getragen, lediglich eine symbolische Aussage ist im Hinblick auf übernatürlichen Schutz. Aber wie wir ja bereits gesehen haben, sehen viele Engel auch so aus, dass sie Adlerflügel haben und sogar einige haben sogar das Angesicht eines Adlers, zumindest ein Teil des Angesichtes, sodass die Vermutung naheliegen könnte, dass hier eine Bezugnahme dargestellt wird zu Michael, der zumindest Adlerflügel haben könnte. Ich sage das bewusst in dieser Weise, weil ganz eindeutig beschreibt uns das die Bibel ja nicht. Aber schauen wir uns nun ein paar weitere Beispiele an, die uns zeigen, wie Gott Engel benutzt, um uns zu beschützen. Zum Beispiel 2. Buch Mose, Kapitel 14. 2. Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 19 und 20. 2. Buch Mose 14, die Verse 19 und 20. Da heißt es, da erhob sich der Engel Gottes, derjenige, der also die Israeliten führen würde, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Schauen Sie, die Ägypter, die sind denen ja nachgefolgt, die wollten die ja vernichten. Aber dieser Engel hat sich jetzt zwischen die beiden Heere gestellt. Das heißt, und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Also hier hat dieser Engel verhindert, dass die Ägypter die Israeliten angreifen und besiegen könnten. Scheinbar haben die Israeliten das alles damals gesehen. Heute sehen wir solche Dinge mit unseren physischen Augen nicht. Das bedeutet aber keineswegs, wie ich nachher noch erklären werde, dass heute solche Dinge nicht auch in unserem Leben geschehen könnten. Wir wissen, dass zwei Engel nach Sodom und Gomorra geschickt worden sind, um zu sehen, zunächst einmal, wie verderbt die Menschen in Sodom und Gomorra waren. Und Gott hat hier Abraham gesagt, dass wenn er zehn Gerechte in Sodom und Gomorra finden würde, dann würde er die Städte nicht vernichten. Aber es waren noch nicht einmal zehn Gerechte dort. Aber bevor die Engel Sodom und Gomorra vernichteten, geschah noch etwas sehr Bemerkenswertes. Und ich möchte dies einmal aus dem ersten Buch Mose vorlesen, im 19. Kapitel. Und zwar angefangen mit Vers 15. 1. Mose 19, die Verse 15 und 16. Denn die wollten nämlich auch, dass Lot und seine Frau und seine Töchter und sie wollten eigentlich sogar auch die Schwiegersöhne, dass die alle aus Sodom gingen. Aber die Schwiegersöhne, die verspotteten diese Idee. Aber immerhin heißt es hier in Vers 15, und als nun die Morgenröte aufging, da drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, also selbst Lot war noch nicht unbedingt willens sofort, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Als er noch zögerte, da ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Also diese beiden Engel haben buchstäblich Lot und seine Frau und seine beiden Töchter aus der Stadt herausgezerrt, gezogen, weil eben sie den Auftakt hatten von Gott, Lot zu verschonen. Aber der Lot, der wollte dann nicht unbedingt in die Berge ziehen, zunächst einmal, sondern der wollte zunächst einmal in eine Stadt ziehen und nachher hat er die Stadt dann doch verlassen und ist in die Berge. Und dann sagt der eine der beiden Engel in Vers 21, da sprach er, dieser Engel zu ihm, Lot, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, Vers 22, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Achten Sie auf diese Aussage des Engels. Er sagte, ich kann doch nicht einmal etwas tun. Ich kann nicht die Zerstörung von Sodom und Gomorra bewirken, bis ich dich gerettet habe. Sehen wir, wie der Dienst der Engel an den Menschen, die Gott fürchten, hier beschrieben wird. Was für eine unglaubliche Auswirkung dieser Dienst für uns hat. Nun, die vielleicht spektakulärsten Berichte von dem Schutz, den uns Engel geben können, finden sich möglicherweise im Buch Daniel. Und da lesen wir natürlich die bekannte Stelle im Buch Daniel, Kapitel 6. Auch hier ein paar Worte zur Einführung, worum es hier eigentlich geht. In Daniel, Kapitel 6, Da geht es darum, dass die Feinde von Daniel es bewirkt hatten, dass der König ein Gesetz erließ, wonach man eben nur ihn anbeten durfte, keinen anderen Gott anbeten durfte. Und Daniel hat sich natürlich nicht daran gehalten. Und jetzt haben sie ihn dann denunziert. Und jetzt soll also Daniel in die berühmte Löwengrube geworfen werden. Und so lesen wir in Vers 17 von Daniel 6. Da befahl der König Daniel herzubringen und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fasste sie die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Er wollte nämlich nicht, dass Daniel umkommt, aber der war zu schwach, der hatte sich selbst seinen eigenen Gesetzen, die nicht geändert werden konnten, unterworfen. Und so war er zu schwach, um Daniel zu retten. Vers 20. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, da stand der König auf und ging auf und ging eilend zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen. Schauen Sie, der König wusste, dass Daniel Gott fürchtete, dass er ihm ohne Unterlass diente. Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Schauen Sie, Gott sandte einen Engel, um Daniel sogar in der Löwengrube zu schützen. Nun, man könnte sagen, ja, aber die Löwen, die waren ein bisschen zahm, die haben sich sicherlich gar nicht um den Daniel gekümmert, die waren vielleicht auch schon vom Essen gesättigt, die hatten also keinerlei Grund, Daniel anzugreifen und das war keineswegs der Fall. Dann lesen wir weiter, wie es hier in Vers 25 steht. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Die hatten scheinbar also auch hier Teil gehabt an dieser Anklage und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Es ging also nicht darum, dass die Löwen irgendwie detalgisch waren, nein, der Engel hatte verhindert, dass sie Daniel etwas zu leiden tun könnten. Gott hatte Daniel beschützt, weil Daniel an Gottes Schutz glaubte und Daniel hat ja irgendwie klar erkannt, dass es ein Engel war, der ihn vor den Löwen beschützte. Und so gibt es auch im Neuen Testament viele Stellen, die von dem Schutz durch Engel berichten. Den Schutz durch Engel an denen, die das Heil erlangen sollen. Nun, einige sagen, ja, warum ist das heute nicht der Fall? Letztendlich ist Gott derselbe, gestern, heute in Ewigkeit. Wenn er damals seine Gerechten durch Engel beschützt hat, im Alten Testament, sowohl als auch im Neuen Testament, warum tut er es heute nicht mehr? Warum lesen wir heute nicht mehr oder hören wir heute nicht mehr von diesen spektakulären Rettungen durch Engel? Nun, zunächst einmal ist diese Vermutung ja vielleicht gar nicht stichhaltig. Die Tatsache, dass wir solche Erscheinungen Ereignisse nicht sehen, mit unseren physischen Augen, bedeutet keineswegs, dass sie nicht stattfinden, dass nicht Gott vielfach uns durch Engel beschützt, ohne dass wir das vielleicht überhaupt wissen. Aber es könnte schon ein Grund vorliegen, warum wir vielleicht von diesen spektakulären Ereignissen nicht allzu viel mehr heute hören. Und wenn man von Anführungszeichen spektakulären Ereignissen hört, dann muss man sehr vorsichtig sein, denn da kann auch sehr viel Verwirrung und Täuschung dahinterstehen. Manche, die meinen, sie seien von Engeln beschützt worden, die sind möglicherweise gar nicht von Engeln beschützt worden, sondern wenn sie überhaupt beschützt worden sind, in Anführungszeichen, waren es die falschen Engel. Aber die Tatsache, dass man vielleicht heute nicht mehr so viel von diesen biblischen spektakulären Ereignissen hört, könnte auch darin bestehen, dass wir heute nicht mehr so sehr an Engel und den Schutz durch Engel glauben. Schauen Sie, der Daniel, der war überzeugt davon, dass es ein Engel war, der ihn beschützte. Aber wie steht es mit uns heute, in unserer aufgeklärten Welt, dieser Welt des 21. Jahrhunderts, da glauben wir vielleicht gar nicht so sehr mehr an Gott und seinen Schutz. Wenn ich eine Sendung bringe, auf Posten stehen, und ich höre dann manchmal und lese manchmal die unglaublichen Aussagen von Menschen, die also meines Erachtens ja total daneben liegen, auch geistig gesehen, dann ist es vielleicht gar nicht verwunderlich, dass viele sogar auch in der Kirche sich da Zweifel haben auferlegt lassen und meinen, dass es vielleicht gar nicht heute mehr so im Sinne Gottes sei, dass er uns beschützt durch seine Engelwesen. Vielfach hat es damit zu tun, was wir glauben. Schauen wir uns eine Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 5 an. Apostelgeschichte 5 und angefangen in Vers 17. Apostelgeschichte 5 angefangen in Vers 17. Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzeer, von Eifersucht erfüllt, und sie legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und trete dem Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Und als sie das gehört hatten, da gehen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Na, denen war verboten worden zu lehren, von den Sadduzeern, von den Hohepriester, von dem Sanhedrin, aber die haben sie natürlich an dieses Verbot keineswegs gehalten, sie haben vielfach oder vielmehr dem Gebot des Engels Folge geleistet. Schauen sie, die hatten keinerlei Zweifel daran, dass es ein Engel des Herrn war, der sie befreite, aus dem Gefängnis befreite, in übernatürlicher Hinsicht befreite. Ich wage zu behaupten, dass heute viele großen Zweifel daran hegen würden, dass so etwas überhaupt möglich ist. Aber sie haben der Stimme des Engels gehorcht, sie haben Gott gehorcht. Der Engel kam, um diejenigen, die Gott fürchteten, zu beschützen. Wir lesen eine weitere Stelle im Apostelgeschichte, Kapitel 12. Apostelgeschichte, Kapitel 12, angefangen in Vers 5. Apostelgeschichte, Kapitel 12, angefangen in Vers 5. Jetzt wird der Petrus erneut ins Gefängnis geworfen. Und so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde, die Kirche, betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Das war ein wichtiger Aspekt hier. Die Kirche betete für ihn zu Gott, dass er befreit werden würde aus dem Gefängnis, das ihm jetzt Schlimmes widerfahren würde. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also menschlich gesehen war kein Entkommen möglich. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach stehe schnell auf und die Ketten fielen ihm von seinen Händen und der Engel sprach zu ihm gürte dich und ziehe deine Schuhe an und er tat es und er sprach zu ihm wirf deinen Mantel um und folge mir und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel sondern meinte eine Erscheinung zu sehen sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor das zur Stadt führt das tat sich und alsbald verließ ihn der Engel und als Petrus zu sich gekommen war da sprach er nun weiß ich wahrhaftig dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem was das jüdische Volk erwartete schauen sie wenn Gott uns einen Engel schickt dann werden wir wenn wir Gott fürchten wahrhaftig wissen dass sich um einen Engel gehandelt hat nicht um irgendeinen anderen ein anderes Wesen es kommt darauf an dass wir uns nahe an Gott halten sodass wir in dieser Weise in keinerlei Verwirrung fallen Petrus wusste es aufs aller gewisseste dass es ein Engel gewesen war der ihn errettet hatte und es war in der Tat ein Engel Gottes und so hat Gott auch uns heute versprochen uns zu beschützen weil wir heute dazu berufen sind das Heil zu erlangen und wenn wir solcher einen solchen Schutz haben durch Engel was warum fürchten wir uns dann nun die Bibel zeigt uns dass manchmal Engel den Menschen im Alten sowohl als auch im Neuen Testament in Träumen erschienen sind aber auch da ist höchste Vorsicht geboten heute weil wie ich sagte viele der Träume die wir heute haben die sind keineswegs von Gott gesandt und manchmal können wir uns auch Einbildungen unterordnen aber wenn wir einen Traum haben in dem tatsächlich ein Engel erscheinen sollte dann ist es für uns unzweifelhaft klar dass dies ein Engel Gottes war der uns eine Botschaft von Gott gebracht hat schauen wir uns dies einmal in Matthäus Kapitel 2 an Matthäus Kapitel 2 und Vers 13 Matthäus Kapitel 2 und Vers 13 es geht hier um Maria und Josef und das Christuskind als sie aber hinweggezogen waren siehe da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach stehe auf nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort bis ich dir es sage denn Herodes hat vor das Kindlein zu suchen um es umzubringen und da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwegt nach Ägypten schauen sie das war eine unzweifelhafte Botschaft und diese Botschaft machte auch klar warum Josef nach Ägypten ziehen sollte denn er sagte hier dieser Engel des Herrn sagte hier dem Josef im Traum der Herodes wird das Kind umbringen da gab es keinen Zweifel für Josef dass dies ein Befehl Gottes war der ihm durch einen Engel mitgeteilt wurde schauen sie Jesus Christus war sich klar darüber dass ihm Engel zu Gebote standen und er sagt sogar auch im Zeitpunkt seiner Festnahme in Matthäus Kapitel 26 dass er keinerlei Grund hatte sich vor Menschen zu fürchten aber er war willens sich dem Willen Gottes unterzuordnen in Matthäus Kapitel 26 Vers 52 lesen wir folgendes das war nämlich hier der Petrus der meinte da müsste er etwas tun und er hat jetzt dieses Schwert genommen und hat dem Knecht Malkus dem Knecht des Hochpriesters das Ohr abgeschlagen um die Gefangennahme Christi zu verhindern und heißt es hier in Vers 52 und da sprach Jesus zu ihm stecke dein Schwert an seinen Ort denn wer das Schwert nimmt der soll durch das Schwert umkommen schauen sie wenn das heute die Menschen beherzigen würden gäbe es keine Kriege mehr aber die Menschen die meinen die müssten etwas selber tun und dadurch haben wir immer mehr und mehr Kriege und deswegen wird es nie zum Frieden kommen aufgrund der Ausführungen des Menschen Christus muss kommen der Friede Fürst um uns zum Frieden zu zwingen aber der Petrus der musste das auch lernen und viele von uns mussten das lernen dass Kriege immer mehr zu Kriegen führen dass kein Krieg Frieden bringen kann kein von Menschen geführter Krieg und so sagt er hier stecke dein Schwert weg und dann sagt er noch mehr in Vers 53 oder meinst du ich könnte meinen Vater nicht bitten dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte aber er sagt dann aber wie würde dann die Schrift erfüllt dass es so geschehen muss zwölf Legionen Engel das waren so ungefähr 72.000 Engel Wesen Christus sagt dem Petrus tu dein Schwert weg sowas von unnütz ich könnte 72.000 Engel herbeirufen die mir helfen könnten gegen diese geringe Anzahl von Menschen hier aber er hat es nicht getan weil er wusste er musste diesen Weg beschreiten es war der Wille Gottes er sagte ja nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe das war ja der Grund ein Grund warum er hier auf die Erde kam um für uns zu sterben um für uns gemartert zu werden einen gräulichen schrecklichen Tod zu erleiden damit sie und ich Vergebung haben könnten für unsere Sünden aber schauen sie dieses Paradox sich an hier ist der Petrus mit seinem Schwert und Christus sagt ich habe 72.000 Engel die ich bitten könnte mir zu helfen und das wirft jetzt folgende Frage auf gibt es Schutzengel gibt es wirklich Engel die man als Schutzengel bezeichnen könnte wir hatten ja bereits im ersten Buch Mose gelesen im 48. Kapitel wie der Jakob gesagt hatte dass Gott seinen Engel vor ihm her gesandt hat und dass er ihn beschützt hat sein Leben hindurch wenn wir uns noch einmal diese Stelle in Apostelgeschichte 12 anschauen nachdem der Engel Gottes den Petrus aus dem Gefängnis aus der Gefangenschaft befreit hat und er geht jetzt hin zu der Gemeinde die für ihn betete aber in Apostelgeschichte 12 als er dann an die Tür klopft da kam die Magd und die wollte ihm vor Freude nicht aufmachen und hat es dann den anderen Jüngern mitgeteilt und die haben gesagt nee du bist ja verrückt der ist ja im Gefängnis die hatten zwar für seine Freilassung gebeten aber der ist jetzt ja im Gefängnis aber dann heißt es hier in Vers 15 sie sprachen zu ihr du bist von Sinnen doch sie bestand darauf es wäre so und da sprachen sie es ist sein Engel nicht nur ein Petrus zumindest ein Engel beigeordnet war der ihn beschützen würde das wussten die das glaubten die glauben wir das heute auch glauben sie dass Gott ihnen einen Engel zur Seite gestellt hat der bei ihnen ist der sie beschützt vor allen Dingen dann wenn sie dazu berufen sind das heil zu erlangen heute in dieser jetzt Zeit ob sie es glauben oder nicht macht an sich keinen Unterschied denn Gott hat es getan schauen wir uns Matthäus Kapitel 18 und Vers 10 an Matthäus Kapitel 18 und Vers 10 Matthäus Kapitel 18 und Vers 10 da spricht Jesus Christus über Kinder nun das sind buchstäbliche Kinder damit gemeint aber auch Christen die ja zu Kindern werden sollen wenn sie das Reich Gottes ererben wollen und so sagt Christus hier Matthäus 18 und Vers 10 sehe zu dass ihr nicht einen von diesen kleinen verachtet denn ich sage euch ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel ihre Engel im Himmel eine eindeutige Aussage dass es hier Engel gibt die ganz buchstäblich Menschen beigeordnet sind die sich manchmal im Himmel befinden natürlich und manchmal aber auch hier auf Erden im ersten Korinther Brief im elften Kapitel da findet sich eine weitere interessante Stelle die heute natürlich in unserer aufgeklärten Welt vor allen Dingen in unserer westlichen Welt keinerlei Beachtung mehr findet das war lediglich der Paulus der seine Ideen da von sich gegeben hat hört man heute immer wieder sagen ersten Korinther 11 Vers 10 schauen wir uns an was er hier sagt darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen und diese Macht wird in Vers 15 als langes Haar beschrieben nicht ein Schleier sondern es heißt in Vers 15 dass das Haar ist ihr als Schleier gegeben aber es geht um der Engel willen was ist der Zusammenhang und der Zusammenhang ist der das angefangen in Kapitel 11 und Vers 1 er sagt folgt meinem Beispiel wie ich dem Herrn oder wie ich dem Beispiel Christi folge und dann heißt es hier in Vers 3 ich lasse euch aber wissen dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist der Mann aber ist das Haupt der Frau Gott aber ist das Haupt Christi und dann spricht er davon dass wenn eine Frau sich das Haar so kurz schert dass man sie nicht mehr als Frau erkennen kann dann kann sie auch nicht auf den Schutz der Engel bauen und deswegen sagt Paulus hier das lange heißt ja lediglich auch symbolisch zu verstehen es geht darum dass die Frau anerkennt dass ihr Mann das Haupt der Familie ist in unserer wie ich sagte so aufgeklärten Welt will man ja nicht mehr als Frau in irgendeiner Weise irgendjemandem Untertan sein nicht wahr die Bibel lehrt das anders nun das heißt nicht dass der Mann ein Tyrann sein darf keineswegs das heißt man soll sich untereinander und gegenseitig unterordnen aber es geht gleichwohl darum dass die Familienstruktur die ist dass der Mann das Haupt ist der Frau aber Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann sollte sich davor hüten irgendetwas seiner Frau gegenüber zu tun oder von ihr zu verlangen was dem was die Bibel uns lehrt entgegen steht aber es geht hier um den Schutz der Engel auch hier wiederum die Stelle die besagt dass es in der Tat Schutzengel gibt schauen wir uns eine Stelle in Matthäus Kapitel 2 an eine Stelle auf die ich das letzte Mal eingegangen bin etwas aber ich möchte sie noch einmal lesen aber jetzt auch im Zusammenhang mit etwas weiterem was ich bislang noch nicht gesagt habe in Matthäus Kapitel 2 angefangen in Vers 1 als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes siehe da kamen Weise aus dem Morgenlande nach Jerusalem es heißt nicht wie viele Weise es waren es heißt nicht dass die Könige waren und sie sprachen wo ist der neugeborene König der Juden wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen ihn anzubeten und dann in Vers 9 als sie nun der König gehört hat oder als sie nun den König gehört hatten zogen sie hin und siehe der Stern den sie im Morgenlande gesehen hatten der ging vor ihnen her bis er über dem Ort stand wo das Kindlein war und als sie den Stern sahen da wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria seiner Mutter und liefen oder fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Möhre schauen sie dieser Stern der den Weisen zunächst einmal im Osten erschien und der sie dann nach Jerusalem geführt hat und der sie von dort aus zu dem Haus geführt hat wo Christus jetzt war der war natürlich kein gewöhnlicher Stern das war offensichtlich ein Engel wir hatten ja bereits gesehen dass in der Bibel vielfach die Engelwesen mit Sternen verglichen werden aber worum es mir jetzt geht ist dass hier gesagt wird wir haben seinen Stern gesehen also die Weisen wussten offensichtlich dass es sich hierbei um ein Engelwesen gehandelt hat und sie haben dieses Engelwesen als den spezifischen Stern des Christuskindes identifiziert also auch Christus hatte hier ein Engelwesen das ihm beistehen würde nun wie wir noch sehen werden er hatte nicht nur ein Engelwesen er hatte ja bereits gesagt ich kann 72.000 Engel herbeirufen wenn dies dem Willen meines Vaters entsprechen würde wir lesen auch in Matthäus Kapitel 4 und Vers 11 Matthäus Kapitel 4 und Vers 11 nachdem der Teufel ihn in der Wüste 40 Tage 40 Nächte lang versucht hatte und natürlich hat Christus der Versuchung widerstanden da verließ ihn der Teufel und siehe da traten Engel zu ihm plural und dienten ihm also nicht nur ein Engel wird hier erwähnt aber es ist scheinbar doch so dass ein spezifischer Engel Christus beigeordnet war aber dann natürlich viele andere Engel auch die um ihn herum waren und zusahen dass ihm nichts geschehen könnte und würde was die Berufung die er hatte irgendwie verhindern könnte wir lasen auch im Johannes Evangelium ersten Kapitel schauen wir uns es kurz noch einmal an Johannes Kapitel 1 und Vers 51 Johannes Kapitel 1 und Vers 51 aber auch hier ist dies eine interessante Stelle die zeigt was für einen Glauben was für eine Überzeugung Christus hatte was für eine Überzeugung die Jünger damals hatten und wie sehr wenig wir vielleicht die gleiche Überzeugung heute haben Johannes Kapitel 1 und in Vers 51 es spricht zu Nathaniel einen der zwölf Apostel wahrlich, wahrlich ich sage euch ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschen so sehen wir manchmal die Himmel offen in unserem geistigen Auge sehen wir manchmal die Engel Gottes neben einem berufenen stehen in unserem geistigen Auge oder sind wir so der ganzen Geistwelt entfremdet dass wir diese Dinge überhaupt gar nicht auch in unserem geistigen Auge wahrzunehmen bereit sind dass wir meinen so etwas gibt es überhaupt nicht und wir leben hier in unserer heutigen Welt die ja so physisch ist dass wir uns da auf geistige Dinge gar nicht einzulassen haben Christus wusste dass Engel um ihn waren er war ja derjenige der die Engel Welt erschaffen hat aber er will ja dass wir so werden wie er ist er will ja dass wir vollkommen werden wie der Vater vollkommen ist dazu gehört auch dass wir das glauben was der Vater glaubt was der Vater weiß was Jesus Christus weiß wir haben also gesehen dass Engel uns zur Seite stehen dass Gott ganz bewusst Engel dazu ausersehen hat uns zu helfen die wir das Heil ererben sollen wir haben auch eine Vorrichtung in der Kirche Gottes dass wenn wir ein kleines Kind haben dass Jesus Christus es auch getan hat dieses Kind ganz besonders gesegnet wird von einem Geistlichen der Kirche und der Geistliche wird dann auch zu Gott beten dass Gott diesem Kind einen Engel zur Seite stellen wird der ihn behüten wird der dieses Kind behüten wird wir glauben daran dass es Engel gibt dass Gott Schutzengel hat für uns und wir glauben daran dass Gott seine Engel gebraucht um uns vor allem physischen Heil zu schützen oder Unheil vielmehr zu schützen das nächste Mal werden wir uns mit einer vielleicht sogar noch weitaus wichtigen Frage behandeln oder beschäftigen und das ist nämlich die Frage wie uns Engel auf geistliche Weise beschützen wir hatten ja bislang heute uns die Frage gestellt wie sie dies auf physische Weise tun dass sie uns vor physischem Unheil beschützen aber sie haben auch weitaus wichtigere noch Funktionen die wir uns dann noch das nächste Mal anschauen werden für heute also bedanke ich mich für ihre Aufmerksamkeit und verbleibe ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes Hössisch das �iums das schlische zu Untertitelung des ZDF, 2020